Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Leute und ihr wisst ja wahrscheinlich alle Bescheid. Ihr wisst alle Bescheid, Mittwoch 16 Uhr Livestream habe ich ja lang und breit angekündigt. Da könnte etwas Kleines dazwischen kommen, aber bevor jetzt wieder alle auf die Barrikaden gehen und mich jetzt hier tot beleidigen, Leute, es ist zu eurem Vorteil. Es ist absolut zu eurem Vorteil, denn wenn, also ich würde wahrscheinlich, wenn etwas sehr, sehr Krasses dazwischen kommt, würde ich den Stream vielleicht auf den Donnerstag verschieben auf 16.30 Uhr. Und dafür würde es dann am Mittwoch, wenn es den Stream nicht gibt, einen absolut geisteskranken Vlog geben. Aber da will ich vielleicht noch nicht ganz so viel verraten, mal sehen, wie das da alles so läuft am Mittwoch und auch am Dienstag und allem möglichen Zeug. Ihr könnt ja eure Spekulationen gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, ja, ob da wirklich dann was draus wird und was auch immer. Aber ihr werdet einfach sehen, ich werde auf jeden Fall eine Livestream-Ankündigung reinhauen für den Mittwoch. Es kann aber sein, dass ich die halt verlängere auf Donnerstag 16.30 Uhr, sage ich auch nochmal genau Bescheid. Und da könnten wir dann natürlich auch komplett dann schon mit hier im Captains-Event drin sein, was ja am Donnerstag rauskommen wird. Also das wäre natürlich auch nochmal wieder ein super Vorteil davon. Werden wir mal sehen, wie wir das Ganze machen werden. Aber hätte ich auf jeden Fall natürlich Bock. Ja, also vielleicht gibt es am Mittwoch ein richtig, richtig krasses Video oder am Donnerstag den Livestream. Kann aber auch sein, dass wir am Mittwoch streamen. Achtet einfach mal drauf, wie sich das alles so ein bisschen entwickelt. Es geht ja alles auch im Hintergrund drunter und drüber. Aber wie ihr hört, hauptsächlich zu eurem Vorteil. So, wir gehen jetzt auch einfach mal rein. Wir haben genug gesabbelt und gehen mal rein zu den Quests. Da kann ich nämlich auch hier gleich mal noch ein bisschen was abholen. Das ein oder andere Pack habe ich hier nämlich noch mit am Start. Zum Beispiel hier ein Hamburger. Perfekt. Und hier kann ich nochmal, oh ja, noch ein paar Token mitnehmen. Dies, das. Let's go. Nehmen wir mit. Hier 71 und 71. Perfekt. Wollte ich schon immer mal ziehen. Dafür haben wir jetzt aber hier 83 bis 90. Und das könnte jetzt krass werden. Wenn wir jetzt hier irgendwie eine 90er Icon oder so rausziehen würden zum Beispiel, würde das natürlich richtig reinschallern. Also, mal sehen, was jetzt hier passiert. Ich habe leider gerade die Packlack Pfeife. Ah doch, hier ist sie. Perfekt. Let's go, Leute. Ich drücke mal drauf hier. Packlack Pfeife. Ihr wisst Bescheid. Und das heißt, auf geht's. Ich drücke drauf in 3, 2, 1. Gönnen. Packlack Pfeife. Let's go. Walkout. Es ist ein Walkout. Oh mein Gott. Das könnte jetzt krass werden. Das könnte krass werden. Italien. LV. Wer bist du? Di Marco? Ne, oh, keine Ahnung. Wer ist das? Keine Ahnung. Oh, Zappa Costa. Aber LV könnte ein bisschen was wert sein. Aber und Zappa Costa? 226. Na gut. Kann man mitnehmen. Ist was für die SBC. Das ist was für die SBC. Für mehr leider eben auch nicht. Oh, hier habe ich nur einen. Hier habe ich nur ein Pack, was ich hier öffnen könnte. Woran liegt's? Ah, okay, ich habe noch 22 Stunden Zeit. Perfekt. Ja gut, okay. Okay, okay, okay. Verstehe. Verstehe ist nicht so schlimm. So, dafür kriege ich jetzt hier ein Claudio. Ne, nicht Claudio, sondern einfach nur ein Bravo. Und hier habe ich zwei Punkte. Perfekt, nehme ich mit. Für den nächsten Livestream, wann auch immer der sein wird. Ihr wisst ja, Mittwoch oder Donnerstag habe ich auch hier schon mal ganz gut was angespart. Ihr seht, 1200 Punkte habe ich hier. Ich glaube, da können wir eigentlich alles mitnehmen. Mal sehen, wie viel es denn wirklich sein wird. Aber habe ich auf jeden Fall auch Bock da drauf. Und Nord-London-Derby wird ja auch dann noch mit rauskommen an dem Donnerstag. Also super eigentlich. Super, super, super. Hier habe ich nichts gemacht, weil ganz ehrlich, brauche ich nicht die Spieler. Da brauche ich nicht. Und wie lange geht denn das Ganze eigentlich noch? Wie lange geht denn der ganze Spaß hier noch? Sechs Tage geht es hier noch. Okay. Zehn Tage Rivalen. Zehn Tage UEFA Champions League. Ja. Okay, eigentlich ziemlich solide. Eigentlich ziemlich solide. Kann man sich auf jeden Fall mit anfreunden. 40 Punkte habe ich hier noch. Mal gucken, wie lange ich dafür noch brauche hier. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht mehr. Aber egal. Dann ist es halt so, dieses Pack hier und dieses Zeug hier mitzunehmen. Weil hier kriege ich jetzt gerade kein Gratis-Pack mehr. Hier leider auch nicht. Ich kann jetzt noch zwei auf einmal öffnen. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch mal irgendwas Krasses mit. Natürlich nicht, oder? Jawohl. 20.000 Münzen. Perfekt. Und hier geht es dann auch noch nicht weiter. Also zehn von zwölf und hier zwei von drei. Das wird knapp bis gar nichts. Na gut, zehn Tage. Weiß ja nicht, was passiert. Aber naja. Einfach mal ein bisschen abwarten. Vielleicht klappt es ja doch noch. Mal sehen. Wir werden abwarten. Geheime Neuverpflichtungen gibt es jetzt auch. Ein schönes neues Design finde ich ganz cool. Können wir jetzt noch jemanden Gratis-Pack mitnehmen. 70 bis 88. Vielleicht haben wir sogar Glück und ziehen. Was krasses natürlich eher nicht, oder? Oh, 79. Immerhin. Davy Selke auch dabei. Ja, moin. Davy Selke, die Legende. Sehr cool. Davy Selke nehme ich natürlich hier absolut mit. Ja, perfekt. Daran hat sich nichts geändert an den Meilensteinen. Und wir gehen noch mal rein zum Umtausch. Da kann ich noch den Rivalenumtausch hier den täglichen machen. Da habe ich jetzt ein paar Spieler, wie man sieht, die ich hier reinhauen kann. 80 bis 87. Ich habe noch nie besser als 83 hier draus gezogen. Also, let's go. Wir gehen rein und ziehen einen 80er oder so. Keine Ahnung. Einen 80er sogar nur. Sogar nur einen 80er. Matistel nehme ich aber an der Stelle natürlich auch mit. So, äh, eigentlich ganz okay. Mh, was kriege ich hier noch Schönes? Kann ich eigentlich mal probieren. Ob das irgendwas bringt? Wahrscheinlich eher nicht. Aber egal. Wir gehen rein. Ja, komm, Marco Reus kann ich jetzt eigentlich auch mal hier reinhauen. Sorry an alle Dortmunder. Aber den kann ich sowieso nicht verkaufen. Let's go. Vielleicht bringt das ja sogar Glück. Und wir ziehen jetzt was Krasses hier raus. Vielleicht ein Walkie-Talkie oder irgendwie sowas. Ohne Peckluck-Pfeife. Mit einem Walkout. Let's go. Und come on. Come on. Äh, okay. Äh, das ist Balogun, oder? Heißt der Balogun? Ja, Balogun. 86. Stürmer ist gut. Stürmer ist sehr, sehr gut. Stürmer könnte ein bisschen was bringen. Eine Million. Mit etwas Glück. Ja, das könnte gut werden. Das könnte gut werden. Ein Stürmer mit einer Million. Stürmer mit einer Million. Ja, erstmal das hier ist perfekt. Aber der ist noch bei mir in irgendeinem Team drin. Den kann ich erstmal jetzt nicht verkaufen. Oder? Mh, wäre ich mal vorsichtig. Wäre ich lieber vorsichtig hier, äh, ehe ich den irgendwie verkaufe oder so. So, Balogun. Zack. Balogun hauen wir mal rauf hier. 930.000 hier. Eieiei. Mh, weil hier ist der nämlich, der hier, der, ich darf den nämlich nicht verkaufen, weil der ist nämlich hier noch auf der Bank. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig hier. Weil der macht, der bringt mich hier zu den 95. Der Mann carriert mich hier gerade ein bisschen durch. Das ist eigentlich ganz cool. Genau. So, also haben wir das jetzt eigentlich, ähm, ganz gut alles abgehandelt. Und dafür gehen wir nämlich jetzt auch nochmal rein zu EASFC Mobile Twitter oder irgendwie so heißt das. Gehen wir auf jeden Fall mal rein. Denn da gibt es Neuigkeiten zum Captains Event. Habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass das rauskommt am Donnerstag. Und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an, wie das aussieht. Also Leute, hier haben wir, ähm, einen Post von EASFC Mobile, wie auch immer. Äh, ihr wisst Bescheid. Also einfach FC Mobile auf, ähm, Twitter und oder X oder wie auch immer das Ganze jetzt heißt. Äh, sie haben dazu geschrieben. Sie haben dazu geschrieben, three captains who wore the coveted armband and led their teams to victory. Wir haben 88, äh, CB, ähm, also 88er Innenverteidiger. Würde ich sagen, boah. Also ich kann jetzt mal vage Vermutungen aufnehmen. Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer das sein könnte. Also 95 Innenverteidiger ist klar. Das ist Van Dijk, oder? Ähm, 90 Stürmer. Ich kann, puh, weiß ich nicht, ähm, könnte Suarez sein, aber wo ist der Kapitän bitte? Eigentlich gibt's das nicht mehr, oder? Wen gibt's noch als Stürmer, der irgendwie krass ist als aus Uruguay? Na, das fällt mir jetzt eigentlich grad ziemlich wenig ein. Cavani halt. Ah, nee, nee, ich bin, glaub ich, auch grad ein bisschen einfach lost. Ähm, und 88er Innenverteidiger könnte Laporte sein, oder? Kann das sein? Boah, bin ich mir echt unsicher. Bei Kapitän bin ich mir richtig, richtig unsicher. Außer Van Dijk, das weiß ich. Ähm, was sagen die anderen hier? Gibt's hier Kommentare, die ich lesen kann? Nee, grad nicht. Schade. Okay, also könnt ihr gerne mal eure Meinungen in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, äh, wer oder was das da ist. Ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt. Das heißt, wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Bis dahin, bis zum nächsten Mal.